du willst wissen was in der dm glückskind box ist zeige ich euch wir haben das glück gehabt für ein paar minuten war der verkauf offen wir haben eine kiste bekommen es gibt später noch mal die möglichkeit welche zu kaufen und dann weißt du schon was drin ist dann kommen wir zum unboxing schauen gleich mal rein was uns die m da schönes geschickt hat ob sich das gelohnt hat dm sagt ja sind produkte im wert von 70 euro bezahlt haben wir 30 also klingt erstmal gut die box ist erstmal sehr süß hier mit schub fächern hier oben für eine klappe zum entnehmen ich nehme mal an dass man dann auch die feuchtüche und sowas einfach rausziehen kann eigentlich praktisch gemacht hier haben wir ein mitte für brust warzen wenn ihr ein bisschen belastet sind vom kind premium winden von baby love also der eigenmarke allerdings für 7 bis 18 kilo also erst wenn das kind ein bisschen ist ein baby body von alana größe 62 68 fühlt sich vom material sehr schön an dann haben wir hier einmal feuchttücher habe ich gehört kann man als junge eltern häufig gebrauchen und hier von glückskind das baby letzten ist eine limited edition gibt es glaube ich nur in dieser box aber hier noch eine party gelande glückskind kann man aufhängen wenn das kind da ist mal schauen ob wir das machen das weiß ich jetzt noch nicht zweite etage haben wir einmal die intensiv einmal die intensiv pflege milch von finaten als ein teureres produkt mal schauen ist auf jeden fall gut um bauch einzuölen von der frau und hier haben wir von belly button ein pflegebad und shampoo shampoo von hebam entwickelt also besonders toll hier haben wir eine wundcreme von seba med extra auch für kinder gemacht einmal ein nuk nature sense also eine flasche da seid ihr da schon mal ausgestattet ist übrigens auch drin wenn ihr euch bei rossmann im babyclub anmeldet dass ihr dann bekommt er auch mit kleine tasche da ist dann auch so eine flasche mit drin nur als tipp hier haben wir noch mal eine pflegecreme für babyhaut von bübchen und von veleda noch mal ein schwangerschaftspflegeöl das ist das teuerste produkt aus dem ganzen für ungefähr 17 euro unten schreibe ich euch dann noch rein einmal was die einzelnen produkte kosten und dann findet ihr dort auch den link für den rossmann babyclub so jetzt müsst ihr entscheiden ob es sich lohnt ob ihr dann diese produkte kaufen wollt wir haben sie ja schon vorab gehabt wenn ihr sagt jemand kriegt ein baby und ist neugierig vielleicht nützt ihnen das was dann teilt ihnen doch einfach das video schickt sie ihn vielleicht gleich per words app